Kassel ist noch gar nix. In Kassel ist auch kein Conora, gar nix. Und jetzt, haben wir jetzt Berlin gebucht, drei Tage und ich sag mal ganz einfach, ich krieg das nicht. Und ich will das nicht. Ich sag mal so, so, so. Wenn man das nicht will, dann machen wir das nicht. Geile. Kassel ist noch gar nix. Kassel ist stabil. Hier kommt niemand rein. Geile.